Hey man, nice shot. Weiter geht's bei Uncharted 4 mit ihm und mir. Uncharted 4 mit ihm und mir. Immer noch auf der Suche nach... Sie müssen Piraten brauchen wohl einen Ort, um Gesindel wegzusperren. Dem Schaf. Piraten wollen ins Gefängnis stecken. Scheinheitlich, oder? Piraten, die ihr Gefängnis haben. Rechtschaffende Bürger werden sie wohl da reinstecken. Überein. Die Entschwiegung, dass es Gefängnisse gibt, das sind ja auch wirklich totale Arschlöcher, die Menschen ins Gefängnis. Ein Tontopf. Zum Reinkacken. Mindestens so schön wie die Sachen, die Kinder ihren Eltern im Tonunterricht. Wie nennt man das denn dann? Polytechnik hieß es für uns damals. Was für ein Ding? Polytechnik hieß das. Was war denn bei euch los? Polytechnik. So hieß das. Da hat man gesägt und getöpfert. Da haben wir zwei Sachen gemacht. Gesägt und getöpfert. Nein, wir haben zum Beispiel so ein Ding gebaut, ja. Da hattest du so einen Stock und dann hatte der so Kerben und vorne hing wie so ein Propeller dran. Und wenn du dann mit so einem Stöckchen ganz fest über diese Kerben gerieben hast, dann hat sich der Propeller gedreht. Warum habe ich nicht so coole Sachen in der Schule gemacht? Ich habe ungefähr halb gut schreiben und lesen gelernt und schlecht Mathe. Okay, wir gehen mal weiter. Vielleicht geht es ja hier in dem Haus weiter. Also es hieß auf jeden Fall bei uns Polytechnik. Da hat man so alles mögliche gemacht. Woanders hieß das Werken. Ah, Werken. Stimmt. Siehst du? Okay, hier ist eingestürzt. Wo bin ich jetzt runtergefallen? Ah, okay. Jetzt hat er aber den herrischen Ton drauf. Hütter Pinner. Ich weiß, wo es lang geht. Weißt du eben nicht. Hier bricht gleich alles zusammen. Ja, dann hüpft mal schnell da hoch. Funktioniert doch prima. Da steht doch schon wieder so ein Teekesselchen, Schatz. Ich muss schnell in den Tunnel durch zu gehen. Wo? Ja, ich muss jetzt in den Tunnel, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es woanders war. Hey Sam, komm her. Das kann was sein. Du hast es kaputt gemacht, du Arsch. Ich glaube, das war eher derjenige, der darauf rumgehüpft ist wie ein Elefant. Tja, also er. Er ist Sam mit den großen Elefantenohren. Das ist ja eine Art Versteck. Aber vor wen sollten sie sich verstecken? Vor sich selbst. Ja. Vielleicht vor anderen Leuten, die an den Schatz wollten? Sieht ihr das an? Sieht aus wie der Grundriss des Handelsbezirks. Ja, und... Da ist unser Schatzhaus. Hier ist der Turm. Was hatten die Kerle vor? Ein Schatz verstecken würde ich mal schätzen. Aber gut, es ist nur eine Vermutung. Das ist schon wieder so ein mysteriöses Zeichen, wovon niemand weiß, was es bedeuten soll. Vielleicht sollen wir gar nicht die Neo-Mystery anrufen. Ja, wenn das Symbol von Angreifern standen würde, hätten wir es nicht in einem Untergrundversteck gefunden. Ja, vielleicht gab es Ärger im Paradies. In der Heilengesellschaft, Maribel, wäre alles möglich. Vielleicht ist es auch einfach nur aus Langeweile entstanden, weil die sich gedacht haben, ach, jetzt male ich mal ein bisschen. Aber vielleicht haben die sich gedacht, oh, geil in die Höhle. Was ist mit ihr? Hingefallen. Schlechte kleine Kirche. Ach, das ist jetzt das Dingshaus. Das Schatzhaus. Nein, eine Kirche ist es. Ja, aber das war es von Weitem, wo die hinwollten überhaupt, glaube ich. Ist das hier? Ne, sicher kommen wir raus. Ja, wie raus. Ja, geh doch halt raus. Na gut, dann meinst du halt. Ja, okay, dann war los. Nein. Ich sehe Licht da unten. Ist ja da. Heilige Scheiße. Hey, da ist noch mehr von der Kolonie. Aber wir wollten doch ja da, da kommen wir hin. Ah, okay, ich bin noch lange nicht da. Ich dachte, ich wäre schon... Ich verstehe kein Wort, was wir da machen. Ach, Leute, warum seid ihr denn jetzt schon da? Werft eine graue Norde, mach alles kaputt. Ich weiß, ich habe mir so viel Mühe gegeben, hier unentdeckt hinzukommen und ihr seid schon da. Das ist mir irgendwie ein bisschen komisch, dass sie schon überall zuerst da sind. Er guckt doch da runter, wen will er... Also... Ich glaube, sie haben schon was gesehen. Hier ist auch alles sauber. Das muss man jetzt einfach aus dem Gebüsch sein. Schön sauber. Alles schön sauber. Schön sauber. 2,15 Euro für Toilette. Aber das muss man mal sagen, in der Butch Cup ist echt immer schön sauber. Dafür, dass da so viele Leute sind, da kann man sich nicht beschweren. Ja, das stimmt. Das war gestern echt toll. Also, wenn ihr mal in die Butch Cup in Frankfurt wollt, wunderbar. Sehr zu empfehlen. Kann man Pipi machen, wie man will. Ja, das ist voll. Ja, ich werfe die ja nicht mehr einfach mehr sinnlos rum. Ist auch super, dass der echt gut aufpasst. Schade, dass man die nicht noch verstecken kann. Ja. 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 Vorsicht. So. Wo ist er denn? Vor dem war er noch hier. Hinter dem Fenster steht einer. Ich glaube, das war aber nicht dein Bruder. Das ist gerade Quatsch, wo ich hin will. Ach Leute. Was bist du denn da? Ich habe keine Ahnung, ich dachte, hier geht es weiter. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe ja schon gehört, dass man hier recht gut Speedruns mitmachen kann mit dem Spiel. Aber, da müsste man alles wegskippen. Also alle Zwischensequenzen, das wäre ein bisschen doof. Ja, ich glaube, wir wollen jetzt auch keinen Speedrun haben. Ja, nein, aber bei anderen Speedruns sind zum Beispiel... Das war nicht. Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Ah! Ich bin so weit gekommen mit dem Steichen. Dein Bruder hilft mir wieder überhaupt nicht. Dreieck muss es. Okay, ich möchte bitte kurz heilen. Danke. Ja, dann schieß doch mal! Ein sehr guter Tipp zu geben. So ein Affe, ey! Wirklich. Das war bestimmt nicht der letzte. So wie die Rolls oder den Schatz. Wie ich Ragecannon, beides. Der Zoom ist ja unglaublich! Oh, ich mag sowas. Finde ich besser als diesen Scharfschützen. Mit dem komme ich meistens nicht so gut zurecht, weil ich dann die Orientierung verliere. Aber ich denke, man ist auch Single-Shot, das Ding, oder? Ja, 55 Schuss. Ja. Hier, ich mag solche Waffen gerne. Es sind doch auch, glaub ich, diese Call-of-Duty-Gewehre, wo die sich immer so ganz schnell drehen und dann irgendwo hinballern. Ist das die Leiche? Nee. Sonst müsstest du mich halten drücken. Auch weiter geht's. Ja, ich suche ja den Weg. Aber von da komme ich ja eigentlich. Also ich muss zum großen Gebäude, also muss ich da rüber. Okay, da unten. Ah, verdammt. Ich bin, glaub ich, einfach zurückgelaufen. Das ist natürlich dumm. Also hier war ich auf jeden Fall schon. Bin ich hier hoch? Nee, ne? Vielleicht müsste ich noch mehr schauen, Alter. Das heißt nicht. Ich guck, wie geil die Waffe ist. Finde ich mega gut. Ja, pass auf die Schroesplinde auf! Ich glaub, es hat ihn nicht getrunken. Er ist runtergefallen. Alles klar. Alles gut. Ich lebe ihn nicht! 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 Da war er eins! Ja, ich weiß aber... Oh Mann! Da unten muss er noch. Ja! Ach, ne, jetzt mach's den doch nicht so schwer! Oh Junge! Der will nicht! Nein! Ich will... Ja guck mal, da ist so viel glitschiges Moos drauf. Da kann man halt schon mal ausrutschen. Oh Gott, ich hätt grad so Angst! Oh, oh! Da! Ein Dingsi! Bist du noch welche? Oder sind wir sicher? Wir sind sicher! Gut! Alles klar? Franklin, vergib mir! Ich habe es gestern Abend in der Gegenwart unserer Familie nicht gewagt, dieses Thema anzusprechen. Ich wollte ihnen keinen Kummer bereiten. Seit einigen Tagen habe ich meinen Cousin Jack nicht mehr gesehen. Ja, Jack Sparrow. Und gehofft, du weißt vielleicht, wo er sich aufhält. Auf der Black Pearl natürlich! Im Gefängnis habe ich bereits in den Einfriedungen und Zellen nachgeschaut. Wäre nicht das erste Mal, dass man ihn dort in Gewahrsam hätte. Fand aber nur die üblichen Trunkenbeute vor. Was ist mit diesem Komma passiert, was da so einsam und alleine steht? Ich bin mir sicher, dass ihm etwas zugestoßen ist. Aber niemand traut sich darüber zu sprechen. Ich sage es ganz offen. Ich fürchte, es hat etwas mit den Treffen unter der Kirche zu tun. An denen ihr beide zu jedem Halbmond teilnehmen. Sie sind ein offenes Geheimnis. Und wenn ich davon weiß, ist es gewiss, dass die Gründer auch Kenntnis davon haben. Ich bitte dich inständig, sag es mir, falls du irgendetwas gehört haben solltest. Matthew. Klang eher so wie die verzweifelte Ehefrau. Und ich wie Matthew. Ja, es klang wirklich eher wie die verzweifelte Ehefrau, die ihren Cousin sucht. Also auf jeden Fall klang es nach einer Frau. Ja, vor allem wenn du es. Ja, bist du jetzt keine Frau? Oh Gott! Neun Jahre! Neun Jahre und mir ist da etwas ganz schwerwiegendes entgangen. Das war gut. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ich hüpfe mal da dran. Hallo Sam! Ist das Ding stabil? So stabil wie alles andere hier. Oh ok, also... Also gar nicht. Ist ja gut, ist ja gut. Komm schon. Ne, um die Ecke wollen wir. Mann, Mann, Mann. Der Nathan, der wollte in die andere Richtung. Äh. Der... Mhm. Luki, Luki. Hey, nach vorne sind noch ein paar. Wo denn? Ich duck mich. Ich duck mich? Danke. Aber wo? Hey, wo dann? Ja, macht's gut. Renn mal durch. Ja. Was? Gebäude zerstört? Ja, ja. Wo sind sie denn? Da. Wo ist sie? Alter. Da. Da. Da ist sie ja. Ich glaub, du kommst nicht hoch. Warte. Äh. Großartig. Großartig. Nappes, Rappappes. Ah, du kannst da schon wieder L1'en. Ach, scheiße. Ich knessen. Ja, scheiße. Scheiße, Mann. Nathan. Da. Jetzt können sie ihn abballern. So. Dann. Das ist eine der wenigen Passagen gewesen, wo wir uns tatsächlich mal unterschleichen können. Aber. Also auch wir meine ich jetzt. Und da. Das ist noch anders, glaub ich. Oder auch nicht. Nö, da ist die Musik schon vorbei. Das war völlig unnötig. Aber egal. Wir haben's gemacht. Warum? Weil wir's können. Ja. Rums bums. Weil zumal das mit der ganzen Munition machen. Die muss man auch weg. Die muss man dann nachher einzeln auseinander nehmen und dem Gegner den Kopf werfen. So haben wir's eigentlich. Guck mal nach rechts kurz. Guck mal, das sieht schon schön aus. Da rechts. Und jetzt bitte nicht einfach wieder irgendwo hinspringen. Hier meinst du? Nein, da hinten. Da so. Ja. Also die Gegenden sind echt cool. Vor allem, ne. Kann man sich so vorstellen, da unten, dass das Dörfchen war und jetzt komplett alles überwuchert ist. Aber ich find's gut. Das war viel besser. Er hätt' grad mal runterfallen müssen. Ja, kaputt gelacht. 24 Schuss. Na gut, die macht ja nur Single Shot, dann hält's dir vielleicht ein bisschen länger. Ja. Wenn ich springe, im Flug L1... Merk dir schon mal, wo L1 ist, dann funktioniert das. Oder geh einfach da hin. Er hat... Er hat sein Händchen ausgestreckt. Von daher. Okay Männer, bleib wachsam. Halten wir hier alles schön sauber für die Chefin. Schön sauber! Die sind auch bei der Butch Cup angestellt gewesen. Vielleicht ist das Voraussetzung, um bei Schrawlein anfangen zu können. Vorher Kloman bei der Butch Cup gewesen. Ja. Oh! Was? Da ist doch schön mit dem Gras. Oh, der ist aber gepanzert. Achtung! Jetzt! Kann ich's machen? Scheiße! Oh! 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 Scheiße! Oh! Oh! Scheiße! Oh! Oh, Scheiße! Heuer den Sam abgeschossen! Heuer den Sam abgeschossen! Never! Vorsicht! Man! Er hat den Sam abgeschossen! Heuer den Sam abgeschossen! Wo ist denn da noch einer? Wo, wo, nein! Nein, wo kommt der denn jetzt her? Schade. Schade, schade, dann geh wohl mal... Ach ne, es ist schon wieder geklappt. Mal suchen wir das Ganze nochmal. Vielleicht klappt es ja mit dem Schleichen diesmal. Oh oh. Den kannst du dir schneppen. Und den anderen, der vorne ist bestimmt auch. Kommen Sie ins Gebüsch, kommen Sie rein! Da links ist noch einer auf jeden Fall. Und da oben war noch einer. Ja, lass den da einfach. Geh einfach mal, wenn es klappt. Vorsicht. Schnell hin. Ja, dann haben Sie sich alles eingebildet hier. Meine Damen und Herren. Vorsicht, das ist krass zu Ende. Was hast du denn schrubbeln? Was hast du denn schrubbeln? Auf jeden Fall weiter hoch, ne? Ja. Ach der. Ja. Ich glaube, du kannst den auch nicht direkt platt machen. Nur so... mit dem Helm aufreißen. Oh, sehr gut. Fährigut. Oh. Das war knapp. Junge! Oh oh. Weg. Was war was? Was war was? Was war was? Wunderbar! Wunderbar! Toll! Schönes Wetter und schön sauber. Ohne rum alles frisch. Jetzt wird es aber ein bisschen anzüglich. Nein, das geht nicht. Das war das Internationale Zeichen für... Ah! Kommt doch nie rein! Vielleicht hier? Auf den Tisch? Nein, ich glaube du musst jetzt eher... Warte, warte mal jetzt kurz. So. Da. Kannst du da nichts markieren von Gegnern? Nee, wir waren jetzt überhaupt keine Gegner. Was ist das irgendwo an? Naja, der da unten. Tick Jod! Der, der alles wunderbar fand? Ja. Ich hätte mir das alles sparen können?! Ich hätte mir das alles sparen können?! Ich hätte mir das alles sparen können?! Fuck ey! Der ist doch gut gelaufen, also... Ja, diesmal war wirklich besser. Vor allem wäre er jetzt auch etwas so hoch gekommen. Mit so einem Sprung. Danke. Bitte! No problemo! No problemo! Wo? Da unten war ein Konzent. Kannst du irgendwas machen, Dingsi? Ach da. Da kann ich die Tür aufmachen wahrscheinlich. Ach, scheiße! Okay, also da... Da rechts lang... Das bricht doch sicher ab. Irgendwas bricht jetzt. Das erste. Gehen wir. Mal weiter. Hm? Ja, wahrscheinlich das war's mit Gegnern. Ach so. Die Leiter ist hier in der Mitte kaputt. Das passt schon. Weiter nach oben. Also unsere Leiter war nicht in der Mitte kaputt. Ja, nein. Bis man oben auf dem Turm ist, meint er. Ach so. Ja, aber sind wir schon da, wo wir hinwollen? Nein. Wir sind, glaube ich, auf dem Turm, wo sie gehen. Nathan! Ist ne super Aussicht! Dafür, dass er schon fast nach Hause fahren wollte, Nathan, ist schon gut. Hinter dir musst du, glaube ich, einfach da... Nee. Wo? Ach, da kannst du wieder lang. Ja. Ach so, drauf stellen, okay. Hat mich das Spiel verarscht! Nee, runter nicht. Halt da lang. Ach so, da um die Ecke. Da waren die Blätter im Weg! Die waren schuld. So. Noch ein bisschen nach. Oh nein! Oh Gott! Ähh! Er hat sich... Er hat den Teleporter gefunden. So, da müssen wir doch dran hangeln, und dann wohin? Oh, das ist meine Planke. Ne, ich würde es jetzt nicht als Planke bezeichnen. Darüber ist Quatsch. Aber ich muss da hin und dann im Flug da dran. Oder vielleicht einfach da hin. Das hätte schon geklappt. Ja, da ist ein Treppchen. Ein Treppchen für die Deppchen. So doof bin ich jetzt auch nicht, ja? Oh, das ist aber ein monumentales Fenster. Das ist überhaupt ein ziemlich krasses Gebäude. Ja, und schee ist es da. Die Piraten wussten schon was Feines. Außer, dass der Boden nicht stabil genug ist. Ach, guck mal, das ist ein Vögelchen. Tschüss, Vögelchen. Also alles kann hin tun. Ja, so in der Art. Ja, komm, das wird der wohl auch alleine können, ohne dass du es vormachst. Ne, der war ja 15 Jahre im Knast. Der ist nicht so erfahren wie dir. Dafür spielt er sich aber ganz schön auf. Da sind schon wieder viele Ohren. Aber die wollen sich die nicht streicheln lassen. Die sind ja auch nicht in der Stadt. Aber kein Wohnhaus. Was denkst du? Irgendein Verwaltungsgebäude? Vielleicht. Vielleicht hat der Libertalia einen Finanzausschuss. Vielleicht ist auch einfach der Palast vom fucking Avery. Wer weiß. Oh, das ist das Schatzgebäude. Ja, aber... Hm. Es gibt den Schatzbauer bestimmt nicht. Was ist das hier? Willst du dir das nicht abmalen? Der Kompass. Ja, aber er will... Was will der denn mit dem Kompass? Der wird ja wohl wissen, wie ein Kompass aussieht. Ach, Quatsch. Der hat keine Ahnung. Der war noch nie auf Reise oder so. Ich würde so ein Ding hier mitnehmen und verkaufen. Und dann mir einen Lens machen. Hier oben ist nichts. Steckt das mal in die Tasche. Ich würde den Stuhl mitnehmen. Ey! Guck mal, das ist ein Pappstuhl. Ich habe gerade noch gesagt, ich würde den gerne mitnehmen und du machst ihn kaputt. Ja, so bin ich. Da hängt aber ein schöner, bloßes Bier. Interessiert ihn aber auch nicht. Nö. Die ganzen Sehenswürdigkeiten wird er doof. Oh nein, interessiert mich nicht. Bin nicht. Macht das weg. Guck mal, sagt nein. Da drüben ist ein Schreibtisch. Da gibt es bestimmt was. Der Kopf. Ja. Den kommen wir auch nicht durch. Das habe ich nicht gefunden. Ein Dingsie. Gedrungene Vase. Gedrungene Vase. Ah ja. Tja, aus großem Reichtum folgt keine Verantwortung. Oder Zurückhaltung. Was? Mann. Tja, Geschmack kann man nicht kaufen. Hallo, der ist doch hübsch. Was wollen die denn jetzt? Wir belassen uns jetzt auch mal dabei. Die monumentale Treppe bildet den Abschluss. Zumindest für diese Folge. Es ist schön, dass ihr dabei wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr vielleicht da oben auf Abonnieren klickt. Oder auf die Playlist. Kannst du mal mein Gesicht lassen? Da ist kein Abonnieren-Button drüber. Der ist übern Schirr. Na gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017